Heute bringe ich selbst den härtesten Skeptiker Böse ins Wanken. An einem einfachen Zahlenbeispiel zeige ich euch, dass es mathematisch völlig ausgeschlossen ist, dass irgendetwas, was diese Natur zu bieten hat, in einem Zufallsprozess entstanden ist. Hallo Leute, herzlich willkommen. Super, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich freue mich. Heute, wie im letzten Video bereits angekündigt, möchte ich mit euch ein paar wahrscheinlichkeitstheoretische Zahlenspielchen spielen. Mathematik ist sehr klar und deutlich, teilweise schon brutal in der Aufdeckung von Tatsachen. 1 plus 1 ist 2, das versteht jeder, daran gibt es nichts zu rütteln. Punkt. Ich hatte euch das letzte Mal von diesen Kolibakterien erzählt und von den krassen Nanoantrieben, die diese Teile haben. Von jedem Kolibakterium habt ihr selbst Abermilliarden, Billionen, Billiarden in eurem Darm. Jedes einzelne von diesen Kolibakterien hat bis zu 15 von diesen Nanoantrieben. Das ganze Bakterium besteht aus einer einzigen Zelle. Die jeweiligen Nanoantriebe treiben eine Geißel an, ein Flagellum. Das Ding sieht aus wie so ein Schwanz. Der dreht sich. Und dieser Schwanz wiederum besteht aus Schaufelradproteinen. Ich hatte euch das letzte Mal, und ich blende es auch jetzt hier nochmal ein, diesen Schwanz im Querschnitt gezeigt. Dort sieht man 11 schaufelradförmige Bausteine. Jeder Baustein ist ein Protein. Und so ein kompletter Schwanz, ein komplettes Flagellum, besteht aus 20.000 bis 30.000 von diesen Bausteinen. Ich hatte euch auch erzählt, dass diese Proteine Flagellin genannt werden und dass man die Aminosäuresequenz dieser Eiweißbausteine bereits seit Längerem entschlüsselt hat. Ich blende das auch hier nochmal ein. Das ist diese Kotabfolge der verschiedenen Aminosäuren. Und ich dachte, es ist vielleicht mal ein tolles Beispiel, um mal auszurechnen, wie wahrscheinlich es denn ist, dass eine solche Kotabfolge durch einen zufälligen Prozess entsteht. Insgesamt besteht ein solches Flagellin, also ein solches Schaufelrad aus 497 Aminosäuren, die aneinandergereiht sind. Es sind insgesamt 15 verschiedene Aminosäuren, die hier im Rahmen dieses Proteins vorkommen. Man hat in Forschungsarbeiten verschiedene Dinge probiert. Mit diesem Teil rumgespielt. Man hat Aminosäuren rausgenommen, hat geguckt, was passiert. Man konnte einige Aminosäuren rausnehmen. Das Filament wurde vom Polybacterium immer noch gebaut. Aber es hat die wichtigen Eigenschaften verloren. Es war zum Beispiel ab einem bestimmten Punkt ziemlich schnell nicht mehr flexibel, konnte also den Zweck nicht mehr erfüllen. Der Zweck ist ja, wie gesagt, ein flexibles Antriebsmedium, damit das Polybacterium sich fortbewegen kann. Eine der einfachsten Flagellinen, die man in verschiedenen Bakterien finden konnte, hat man bei dem Bacillus subtilus gefunden. Dieses Flagellin besteht nur aus 304 Aminosäuren. Und mit diesem Schaufelrad-Protein möchte ich jetzt mit euch dieses wahrscheinlichkeitstheoretische Spiel spielen. Okay, kommen wir nochmal ganz an den Anfang zu unseren Ursuppen, die vorausgesetzt werden, die notwendig waren, damit die erste Zelle entsteht, beziehungsweise das erste Protein entsteht. Wenn ihr euch erinnert, ich habe euch erklärt, wenn Aminosäuren nicht in optisch reiner Form vorliegen, also keine Ärmchen und keine Händchen haben, dann können sie sich nicht zusammenschließen. Und solche Aminosäuren hat man in Ursuppen-Experimenten niemals gefunden. Dennoch wollen wir hier an dem Punkt mal sämtliche Augen zudrücken und so tun, okay, als ob denn in so einer Ursuppe zufällig Aminosäuren entstehen. Und wir nehmen jetzt mal an und vergessen diese Geschichte mit den Ärmchen und den Händchen, die können sich einmal verbinden und dann entsteht ein Protein. Und die Frage, die ich jetzt stelle, ist, wie wahrscheinlich ist es, wenn wir ein Pool von 15 verschiedenen Aminosäuren haben? Stellt euch das vor wie eine Urne. Wir greifen in diese Urne rein, wir nehmen uns eine Aminosäure raus, wir notieren uns das und legen sie wieder rein. Und dann mixen wir das Ganze, greifen nochmal rein, ziehen die raus, notieren die nächste Aminosäure und legen sie wieder rein. Und so entsteht sich dann ein Code, das machen wir 304 Mal, weil 304 Aminosäuren müssen ja aneinandergereiht werden, damit dieses Schaufelradprotein entsteht und funktioniert. Also stellt euch das ganz einfach vor, wir haben einen Haufen Lego-Bausteine mit 15 verschiedenen Farben, 15 verschiedene Lego-Bausteine und wir ziehen 304 Mal einen Lego-Baustein, notieren uns die Farbe, legen wieder zurück. Das ist quasi ein mathematisches Experiment, ziehen mit zurücklegen. Die Rechenaufgabe, die man daraus baut, ist dann 15 hoch 304. Also wir rechnen, das ist eine Potenzaufgabe, 15 mal 15 mal 15 mal 15 mal 15 mal 15, das ist 304 Mal und dann kriegen wir eine sehr, sehr große Zahl heraus. Ehrlich gesagt war das schwer, einen Rechner zu finden, der diese Rechenaufgabe ausrechnen kann. Das war fast ein Ding der Unmöglichkeit. Jeder Rechner im Internet, den man gefunden hat, spuckt aus unendlich. Die Zahl ist unendlich groß. Zum Beispiel Excel. Excel spuckt aus Infinity. Und der Windows-Rechner, der konnte es dann endlich. Und mit dem habe ich dann diese große Zahl ausgerechnet. Und was da rauskommt, das Ergebnis, ist 3,4 mal 10 hoch 357. 3,4 mal 10 hoch 357. Das ist quasi ein 1 mit 357 Null. Und diese Zahl mal 3,4. Also das ist eine Zahl, die kann man sich überhaupt nicht vorstellen. So groß ist die. Aber ich werde mit euch ein paar Gedankenspielchen machen, damit ihr ungefähr einordnen könnt, wie groß diese Zahl ist. Aber wir wollen das Ganze natürlich noch etwas vereinfachen. Kritiker könnten jetzt einwenden, gut, ein Code muss ja nicht immer perfekt sein. Es gibt ja Mutationen, da gibt es ja auch kleine Fehler in irgendeinem Code und da funktioniert ja immer noch. Machen wir es mal ganz krass, einfach auch um die Aufgabe einfacher berechenbar zu machen. Weil diese Zahl, mit der man hier hantiert, das ist einfach wirklich unmöglich groß. Tun wir mal so, als ob wir 50% Fehler in dem Code tolerieren könnten. Ja, um hier Kritikern den Wind auf den Segeln zu nehmen. Aber selbst hier muss jeder gesunde Menschenverstand sehen, dass ein Code mit größer 50% Fehler einfach nicht mehr funktionieren kann. Also das ist schon die absolute Mini-Mum-Anforderung, die hier an diese Denkaufgabe gestellt werden muss. Dann haben wir eine etwas kleinere Zahl. Also wir haben nur noch 152 Bausteine, die wir brauchen. Das ist dann quasi 15 mal 15 mal 15 mal 15 mal 15, aber nur 152 mal anstatt 304 mal. Und selbst dann haben wir immer noch eine unvorstellbar große Zahl. Und zwar 5,8 mal 10 hoch 178. Also eine 1, 178 0 und diese Zahl mal 5,8. Äh, krank. Übelst groß. Unvorstellbar. Um eine solch große Zahl sich vorstellen zu können, hat Professor Dr. Werner Gitt ein sehr anschauliches Gedankenexperiment entwickelt. Und zwar das sogenannte Ameisenmodell. Stellt euch vor, ihr habt eine ganze Badewanne voller Ameisen. Wie viele Ameisen passen in eine Badewanne rein? Werner Gitt hat das ausgerechnet. Werner Gitt ist emeritierter Professor von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig. Und der hat ausgerechnet, in eine Badewanne passen 36 Millionen Tiere. Das ist 3,6 mal 10 hoch 7. Also eine Zahl mit 7 0, eine 1 mit 7 0 mal 3,6. 36 Millionen. So viel von diesen kleinen Krabbeltierchen passen in eine Badewanne. Das sind schon ziemlich viel. Jetzt hat er mal ausgerechnet, wie viel von diesen Ameisen passen denn auf die Erdkugel. Wenn wir den Erdballen mal hypothetisch 10 Meter hoch schütten mit Ameisen. Also Erde, 10 Meter hoch geschüttet Ameisen. dann kommt der Professor Werner Gitt auf 5 mal 10 hoch 23 Ameisen. Also eine 1 mit 23 0 und das mal 5. Irgendwie hört sich das nicht viel an, oder? 5 mal 10 hoch 23 krasse Zahl. Aber wenn man sich aber vorstellt, dass man dass das so viele Ameisen sind, dass man den ganzen Erdball zuschütten kann, 10 Meter hoch gestapelt, dann ist das, dann wird einem erstmal diese krasse Dimension dieser Zahl. Ansatzweise verständlich. Jetzt hat sich der Professor Werner Gitt noch weiter Gedanken gemacht. Wie viele passen denn, wie viele Ameisen passen denn in das komplette Universum? Das unendlich große Universum. Ich sage es euch, 1,2 mal 10 hoch 87 Ameisen. 87 Nullen. Auch hier wieder, eben hatten wir noch 1, eben hatten wir noch 5 mal 10 hoch 23 Ameisen. Jetzt haben wir 1,2 mal 10 hoch 87 Ameisen. Das sind irgendwie 50 Nullen mehr. Hört sich jetzt nicht krass an, aber wenn man sich vorstellt, damit das ganze Universum zugeschüttet ist, kann man sich nur mal ansatzweise vorstellen, wie groß diese Zahl ist. Eine 1 mit 87 Nullen. Ganze Universum vollgeschüttet mit Ameisen. Stellt euch das vor. Das Universum. Also Millionen, Milliarden von Lichtjahren breit und nochmal Millionen, Milliarden Lichtjahre hoch und nochmal Millionen, Milliarden Lichtjahre tief. dreidimensionaler Raum. Voll mit Ameisen. Und das Krasse ist jetzt, diese Zahl, die ich vorhin ausgerechnet habe, ja, wie viele Möglichkeiten es gibt, wie oft ich ziehen muss, um eine Kotabfolge von 152 Aminosäuren zu bekommen, aus einer, aus einem Pool von 15 verschiedenen Aminosäuren, die Zahl, ich nenne sie euch nochmal, das war 5,8 mal 10 hoch 178, ist noch unvorstellbar viel größer als Ameisen in das Universum passen. Also ich brauche quasi nicht mehrere Universen voll Ameisen, nicht 10 Universen voll Ameisen, auch nicht 100 Universen, sondern 4 mal 10 hoch 91 Universen voll Ameisen an Möglichkeiten, um ein einziges Mal den Code so zu ziehen, dass er passt für einen einzigen Schaufelrad. Nochmal, ich brauche 4,9 mal 10 hoch 91 Universen voll Ameisen. Also so viel Ameisen, wie in ein Universum passt, so viel Universen voll Ameisen brauche ich. Also lasst euch das echt mal auf der Zunge zu gehen. Es ist unvorstellbar groß, die Zahl, unvorstellbar groß. und das Ganze um einen Code zu bekommen, der 50% Fehler hat, 50% Fehler fangen. Und das Ganze bei dem einfachsten Mechanismus, den diese Natur zu bieten hat. Und von diesem einfachsten Mechanismus ein einziges Bausteinchen. Und dann brauchen die ganzen Aminosäuren noch Ärmchen und Händchen, das haben wir ja völlig außer Acht gelassen. Brauchen wir gar nicht darüber zu reden. Also es ist schon ziemlich wild, um es mal auf gut Deutsch zu sagen. Okay, jetzt können natürlich die Evolutionstheoretiker um die Ecke kommen und sagen, ist ja super toll, groß die Zahl, extrem krass, aber wir hatten ja auch 10 Milliarden Jahre Zeit. Ja, das ist ja ein ziemlich großer Zeitraum, da kann ja unheimlich viel passieren. Ich meine, 10 Milliarden Jahre, krank. Gut, ich denke, das ist sehr, sehr anschaulich, wenn man davon ausgeht, dass dieser Prozess wir haben eine Urne mit 15 verschiedenen Aminosäuren, wir ziehen 152 Mal raus und legen wieder rein und schreiben uns den Code auf. Wenn wir diesen Prozess mal als Würfeln bezeichnen, die Frage, wie oft müssten wir würfeln in 10 Milliarden Jahren, um ein einziges Mal den richtigen Code herauszubekommen. Und das habe ich ausgerechnet, man müsste 10 Milliarden Jahre lang pro Sekunde 1,9 mal 10 hoch 161 Mal würfeln, 10 Milliarden Jahre lang, um ein einziges Mal die richtige Sequenz zu haben. Pro Sekunde 1,9 mal 10 hoch 161. Alleine, dass es so viel Mal würfeln in einer einzigen Sekunde, unvorstellbar groß ist. Es ist einfach unmöglich, sich das vorzustellen. Also nochmal zur Erinnerung, wenn man das ganze Universum mit Ameisen zuschüttet, dann hat man 1,2 mal 10 hoch 87 Ameisen. Hier müssen wir 1,9 mal 10 hoch 161 Mal pro Sekunde würfeln. Also 87 Nullen, das waren die Ameisen Universum, 161 Nullen das ist die Zahl, die wir pro Sekunde würfeln müssten, um in 10 Milliarden Jahren ein einziges Mal einen Code zu bekommen mit 152 Bausteinen, 50% Fehler waren das, für den einfachsten Mechanismus, den diese Natur zu bieten hat. Ich weiß, ich wiederhole mich. Aber weil es so schön anschaulich ist, spielen wir das Spielchen mal weiter. Könnte ja irgendjemand um die Ecke kommen und behaupten, okay, wenn wir jetzt nur eine Urne zur Verfügung haben mit diesen Aminosäuren, also eine Pfütze, in der irgendeine Ursuppe kocht, dann ist das wahrscheinlich wirklich ziemlich unwahrscheinlich. Aber was, wenn wir viele Urnen haben, also wenn parallel gewürfelt wird, oder parallel gezogen wird, auf der Welt, wir haben ganz, ganz viele Pfützen auf der Welt, wie sieht denn dann das Zahlenspiel aus? treffen wir mal die Annahme, dass auf der Welt so viele Pfützen existieren, wie wir Ameisen haben, wenn wir sie zehn Meter hoch über den kompletten Erdball aufschütten. Nochmal zur Erinnerung, das waren fünf mal zehn hoch 23 Stück. Also, Annahme neu, wir machen dieses Würfelspielchen und wir machen das aber parallel. Es gibt quasi fünf mal zehn hoch 23 parallele Würfelprozesse auf dem Planeten. Ursuppen, Obfützen, Votrine, Aminosäuren zusammengewürfelt werden, etc. Was denkt ihr, wie oft müsste man jetzt pro Sekunde gleichzeitig würfeln, zehn Milliarden Jahre lang, wenn fünf mal zehn hoch 23 Würfelspielchen gleichzeitig ausgetragen werden? Also, hierzu müssen wir die Zahl 1,9 mal zehn hoch 161, das war die Anzahl der benötigten Würfelversuche pro Sekunde, die wir zehn Milliarden jahrelang würfeln müssen, um ein einziges Mal den richtigen Code zu bekommen. Wenn wir nur ein einziges Würfelspielchen machen, diese Zahl müssen wir durch fünf mal zehn hoch 23 teilen, also die Anzahl der Ohren, die wir auf der Erde vorausgesetzt haben, also die Anzahl der Pfützen, die wir einfach jetzt mal angenommen haben. Puh, das ist hoffentlich nicht so anstrengend, aber das muss jetzt einmal durchexerziert werden, selbst dann müsste man immer noch zehn Milliarden Jahre lang pro Sekunde 3,8 mal zehn hoch 137 mal würfeln, immer noch, selbst wenn wir so viel Pfützen auf der Erde voraussetzen, wie es Ameisen geben kann, wenn wir sie zehn Meter hoch auf den kompletten Erdball aufschütten. Selbst dann haben wir eine Zahl, die größer ist als Ameisen ins komplette Universum passen. Also Universum, Milliarden Lichtjahre, links, rechts, hoch, runter. Wahnsinn. Jetzt kann man natürlich dieses Spiel nicht weiterspielen. Okay, wir haben jetzt nur die eine Erde betrachtet. Was ist denn, wenn es im Universum mehrere Erden gibt und auf dieser Erde haben wir halt einmal Glück gehabt. Es wurde halt auf etlichen Erden im kompletten Weltraum gewürfelt, gewürfelt, gewürfelt und wir haben Glück gehabt, plupp, hat alles funktioniert und das Schaufelrad Protein war mal fertig. Gut, spielen wir auch dieses Spielchen mit und stellen uns die Frage, wie viele Sonnensysteme gibt es im Universum. Laut Wikipedia gibt es alleine in der Milchstraße, also das ist unsere Galaxie, in der unser Sonnensystem sich befindet, alleine 500 Millionen Sonnensysteme, also in unserer Galaxie, der Milchstraße, gibt es 500 Millionen Sonnensysteme. Hört sich krass an, wie gesagt, 500 Millionen, das ist eine 1 mit 8 Nullen mal 5. und jetzt nehmen wir mal an, dass in jedem einzelnen dieses Sonnensystems so ein Planet existiert wie die Erde. Perfekter Abstand zur Erde, perfekter Abstand zur Sonne, Mond, der das Ganze noch schön perfekt stabilisiert. Treffen wir einfach mal diese Annahme, in der Realität hat man bis heute im kompletten Universum erst 5000 Planeten identifizieren können und das noch nicht mal sicher. Also das ist eine ziemlich krasse Annahme, wir haben jetzt mal gerade gesagt, allein in unserer Galaxie, der Milchstraße, gibt es 500 Millionen Erden. Ziemlich unwahrscheinlich, aber lassen wir das einfach mal dahingestellt sein, irgendwelche Zweifel, die aufkommen können und fragen uns viel eher, wie viele Galaxien hat denn das Universum zu bieten, die so sind wie die Milchstraße. Auch hierzu hat Wikipedia eine schöne Antwort und zwar schätzen Wissenschaftler, dass im Universum circa eine Billion Galaxien existieren. Eine Billion, das ist eine Eins mit zwölf Nullen, das ist eine wahnsinnig große Zahl, allein die kann man, kann sich ein menschliches Gehirn nicht vorstellen. jetzt multiplizieren wir 500 Millionen Erden pro Galaxie mal eine Billion Galaxien im Universum. Puh, nochmal, 500 Millionen Erden sind in einer Galaxie und wir haben eine Billion Galaxien im Universum. Also 500 Millionen mal eine Billion. Dann kommen wir auf eine Zahl, die heißt 5 mal 10 hoch 20. Es gibt also im gesamten Universum mit dieser Annahme 5 mal 10 hoch 20 Erden. Die gibt es nicht in unserem Universum, wir nehmen jetzt einfach mal an, was wenn es die gäbe. Was ist, wenn es die gäbe und wir haben auf jedem Einzelnen dieser Erde so viele Pfützen, die der Anzahl von Ameisen entsprechen, wenn wir die komplette Erde 10 Meter hoch aufschütten mit Ameisen. Also 5 mal 10 hoch 20 Erden und auf jeder Erde 5 mal 10 hoch 23 Pfützen. Das sind im gesamten Universum 2,5 mal 10 hoch 44 Pfützen. Also selbst diese unvorstellbar große Zahl hat nur 44 Nullen. Und jetzt nehmen wir mal unsere Zahl 3,8 mal 10 hoch 137 zu Erinnerung so oft müsste man 10 Milliarden Jahre pro Sekunde würfeln um auf einer Erde mit 10 hoch 23 Uhren also Pfützen in denen die ganze Zeit Blitze einschlagen ein einziges Mal den richtigen Code zu bekommen durch die Anzahl der Geschätzen Pfützen im ganzen Universum teilen und zwar durch 2,5 mal 10 hoch 44 Wir müssen jetzt aufpassen dass hier keiner den Faden verliert. Ich wiederhole es nochmal. Wir haben im kompletten Universum angenommen dass hier 2,5 mal 10 hoch 44 Pfützen existieren in denen parallel gewürfelt wird. Aminosäuren hinten Aminosäuren her. 2,5 mal 10 hoch 44 Wir müssen die Zahl 3,8 mal 10 hoch 37 Das war die Zahl wie oft wir pro Sekunde würfeln durch diese 2,5 mal 10 hoch 44 teilen um zu wissen wie hoch um zu wissen wie oft pro Sekunde muss denn jetzt gewürfelt werden damit mal endlich auf einer von diesen aber zig Billionen Billiarden Erden mal ein einziges Mal dieses Schaufelrad entsteht Dann meine lieben Leute müssen wir immer noch 2,41 mal 10 hoch 99 mal pro Sekunde würfeln damit in diesen ganzen gigantischen Menge von 14 ein einziges mal der richtige Code kommt der immer noch zu 50 prozent falsch ist und dann auch nur ein einziges Schaufelrad protein ist in einem schwänzchen von einem extrem einfachen organismus Das Spiel kann man natürlich immer weiter treiben wir können das Universum anstatt 10 Milliarden 100 Milliarden Jahre alt werden lassen dann müsste man pro Sekunde noch 10 2,4 1 mal 10 hoch 98 mal würfeln also die Zahl hat dann anstatt 99 Nullen nur noch 98 Nullen zur Veranschaulichung ich habe gerade das Alter des Universums verzehnfacht von 10 Milliarden auf 90 Milliarden 100 Milliarden ich habe 90 Milliarden drangehängt und selbst dann ist die Anzahl der benötigten Würfelversuche pro Sekunde nur eine Null kleiner geworden also dort habe ich eine Null drangehängt dort kann ich eine Null abziehen ist irgendwo Mathematik ist klar aber sind halt extrem große Zahlen also wie gesagt man kann dieses Spielchen immer weiter spielen man kann sogar sagen okay was ist denn wenn es Paralleluniversen gibt also dieses Märchen von den Paralleluniversen was extremer Quatsch ist extremer Quatsch aber gut spielen wir mal dieses Spielchen was ist wenn es eine Billion Paralleluniversen gibt und in einer Billion Paralleluniversen gibt es in jedem Paralleluniversen dieselbe Anzahl an Pfützen die wir gerade genannt haben ich werde diese Zahl jetzt nicht nochmal nennen selbst bei einer Billion Paralleluniversen müssen in allen eine Billion Paralleluniversen immer noch pro Sekunde so oft gewürfelt werden dass die Zahl 86 Nullen hat also wir kommen quasi von 99 Nullen gut sagen wir 100 Milliarden Jahre dann sind es 98 Millionen jetzt teilen wir das nochmal durch eine Million Paralleluniversen das ist immer noch eine Zahl mit 86 Nullen Leute ihr seht schon und das muss man immer wieder in Erinnerung rufen wir haben ja immer noch einen einzelnen Baustein einen einzigen Baustein wir haben 50% Fehler im Code wir haben den einfachsten Mechanismus den diese Natur überhaupt zu bieten hat und kriegen es einfach zahlentechnisch nicht hin so ein Teil zufällig entstehen zu lassen das ist vollständig ausgeschlossen völlig unmöglich absolut absolut unmöglich dass so ein Code in einem Zufallsprozess in irgendeiner Pfütze auch nur ansatzweise entstehen kann funktioniert nicht funktioniert nicht und jetzt mal die einfache Frage wenn ein solch einfaches Teil ein solch einfacher Baustein so schwer zufällig zusammenzuwürfeln ist wie soll das dann mit einem komplexeren Organismus sein wie soll das denn mit Organen sein wie zum Beispiel dem menschlichen Auge wie soll so etwas in einem Zufallsprozess entstehen Leute seht ihr wo das hinführt so Leute wir sind an einem Punkt angelangt an dem ich euch mathematisch bewiesen habe dass in dieser Natur da draußen nichts zufällig entstanden ist also jeder Zweifler kommt jetzt in eine extrem unangenehme Lage jeder Evolutionstheoretiker hat jetzt richtige Schwierigkeiten ihr habt einen gesunden Geist ihr seid unabhängig ihr könnt für euch selbst entscheiden und diese Entscheidung ist mit krassen Konsequenzen verbunden das müsst ihr euch bewusst sein und zwar mit richtig guten Konsequenzen die Neuigkeiten die ich für euch habe die sind so krass dass ihr sie kaum glauben werdet aber das sehen wir für spätere Videos auf heute bin ich erst mal durch zum einen sind wir schon ziemlich weit gekommen mit den Evolutionsvideos ich habe immer noch spannende Themen die ich mit euch durchgehen will zum Beispiel wie alt ist die Erde wirklich oder was ist mit Dinosauriern hat es dir gegeben hat es dir nicht gegeben so viel vorab natürlich hat es dir gegeben gibt es klare Beweise dafür da brauchen wir nicht drum zu reden aber wie passt das in dieses Schöpfer intelligenter Schöpfer Modell zeige ich euch alles und ich werde einen weiteren neuen Stream aufmachen mit einer neuen Videoreihe da geht es ja darum okay jetzt haben wir vielleicht kapiert dass wir einen intelligenten Schöpfer brauchen aber wer bitteschön soll das denn sein und wie kann ich sicher sein dass ich der richtigen Story folge ja wie gesagt da habe ich viele spannende Videos noch die ich für euch vorbereiten will viele spannende Themen bis dahin finde ich super dass ihr heute dabei wart ich würde euch bitten wenn ihr mein Video liken würdet wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet und vielleicht könnt ihr sogar sharen unter euren Freunden teilen bis zum nächsten Mal wünsche ich euch alles Gute ciao macht's gut bis zum nächsten Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.